das ist ein bisschen ärgerlich jetzt vor allen dingen müssen auf jeden fall wieder zurück wir müssen uns ja die rüstung wiederholen aber ohne schwert kommen wir da nicht runter gehen müssen auf jeden fall haben wir noch ein schwert hier unten ich hoffe so eine scheiße freunde was ist denn das? kann nicht so schwer sein oder? ja jetzt muss ich hier mit dem eisenschwert runter gehen ach du scheiße Verrüstung können wir jetzt keine machen wir haben gold kann man ja gold ich guck mal es kann nicht auch daran liegen dass ich mit dem neuen kampfsystem nicht zurechtkomme ich weiß es nicht woran es liegt kann doch nicht sein dass der skelett uns da dermaßen umhaut was wollte ich jetzt eigentlich machen ich wollte ja eigentlich mir einen teil einer rüstung bauen was können wir überhaupt leisten dafür ich bin gleich jetzt so blöd zu überlegen wie die rüstung noch mal ging vielleicht kriegen wir den helmen noch hin oder? wie viel brauchen wir dafür denn? ich glaube ein Helm war wo? wo? hä? ne so ok jetzt kann man jetzt kann man schicken goldhelm schönes schönes krönschirm sage ich mal und dann können wir uns noch was können wir noch leisten ein hanisch? geht das? ähm ähm da war es doch gerade ne? ne das ist die krone gewesen so ach gott ich kann man das einfach nicht merken freunde immer leid goldhahn nicht so haben wir noch ein bisschen gold übrig ich glaube dafür können wir nichts machen das reicht nicht aus so dann ziehen wir uns mal diese rüstung gerade an goldhelm und den goldhahn nicht so oh siehst so schick aus darf ich vorstellen? Königreinblitz der erste so ähm weiß keiner ob das jetzt äh wie lange unser Inventar jetzt da überhaupt bleibt muss ich mal wenn wir jetzt nicht uns nicht ausloggen dürfte nichts passieren oder? ich weiß es nicht genau oder ist das irgendwie zeitlich begrenzt? oh gott jetzt müssen wir da wieder runter ich hoffe ich finde auch den weg da runter also hier den erd das erste teilstück ist klar so war das hier schon? ach du scheiße oh Freunde okay den haben wir schon mal ja vielleicht braucht man nur für einen zombie okay dass das geht alles klar aber warum diese diese skelette so so stark sind ja jetzt äh ist die Frage ich glaube wir müssen in diese richtung hier hier nehmen wir einen Wackel mit dann rechts so und wieder rechts Problem ist das skelette dürfte ja auch noch leben ne ich hoffe das kriegen wir okay scheiße da ist ein zombie aber den kriegen wir weggenutzt und 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 ein creeper okay man ist richtig ey was ist denn hier los? scheiße wir sind im Arsch ich hab kein ich hab gar kein kein dings dabei kein werkzeug äh kein nix hier ich kann gar nicht scheiße man so genau stimmt doch mal jetzt muss ich ja wieder hochkommen Mann Ach Gott willst du ihn schon wieder? Stopp du schweinen achten noch doch voll für euch so die Punkte hol ich mir noch so ich bin auch so ein Depp ne jetzt gehe ich hier ohne äh dings hoch keine Spitzhacke da ist ja nix dabei ich bin so dämlich ey was mach ich denn jetzt? wir kommen schnell wieder hoch müssen wir es jetzt durchkloppen oder was? mit der Faust so so okay ja geht nicht anders dann eben mit der Faust auf den blanken Stein so hab ich vollkommen wieder die Orientierung verloren so scheiße wo 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 sind wir jetzt hier überhaupt gewesen? hier ne? war das okay ich hab den Eindruck das Loch wird immer größer hier war schon dann mindestens der dritte äh creeper der hier explodiert ist sieht aber komisch aus da hinten so so wo bitte ist jetzt unser Zeug was wir verloren haben scheiße das war nicht hier ne? das war da hinten irgendwo wow da hinten und da war er schon wieder jetzt kriegt man aber umgehauen passt auf boah meine Fresse nein ja springe ich doch in die Duft von mir aus ja so boah ich hab jetzt mein Zeug ein dann verschwinde ich aber hier auf der Höhle echt zu viel Action heute ja auf jeden Fall haben wir jetzt hier unser wir haben wir nicht wir haben nicht alles wo ist denn unsere äh Spitzhacker verdammt Spitzhacker? keine Ahnung da hier ist noch Eisen das würde ich ganz gerne mitnehmen wir haben keine Spitzhacker mehr wo ist die? kann sich sein oder? haben wir denn wir haben ja gar nichts komm wir hauen ab das wird zu kriminell geworden ich flischt ich komme wieder Freunde mit Verstärkung so wir gehen erstmal das unser Material in äh in Sicherheit bringen bevor wir hier wieder drauf gehen ja äh da war schon wieder einer komm wir machen wir dann fertig komm Edo ha naja diesmal nicht diesmal war ich vorgewarnt also für meinen Geschmack sind ja ein bisschen zu viele Creeper so und jetzt gehen wir auf Vollgas und was ist denn schon wieder? nein nicht schon wieder ein scheiße mach ich jetzt ok alles klar wir müssen mal was essen so wir müssen wo müssen wir jetzt noch nicht hin? wir müssen hier hoch ne oder? ich hab ein bisschen ne wir müssen hier rüber genau so war das ok und dann links genau und da vorne ist dann unsere dreppe wieder so hier äh fehlt aber was weil hier scheiße warte mal haben wir dann hier jetzt was zum müssen wir mal den weg äh machen wir zum besten jetzt so zack ja hä ok machen wir es eben so so und abmarsch abmarsch nach hause ach das Film das war eine Invasion der äh Creepers gerade auf jeden Fall haben wir uns ähm äh 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 haben wir Rache äh äh ausgeübt an dem Skelett war zwar nur ein Skelett aber das uns mächtig äh äh Ärger bereitet und Kummer haha so sind gleich wieder zu Hause ich geh hier den Weg der ist ein bisschen sicherer so dann warte mal gerade schnelle Schritte die ich gehört habe ok das ist eine Spinne wir müssen aufpassen wir haben doch jetzt noch die Rüstung ne wieder eingesammelt oder Eisenhahn nicht haben wir Eisenbeinschutz die Stiefel Leute wir haben ein Teil verloren ne der Rüstung Stiefel haben wir keine mehr hm ok wir 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 werden erstmal mit der Richtung Haupthaus gehen da fühle ich mich gleich äh äh sicherer so weg hier ok jetzt jetzt können wir in alle Ruhe erstmal unser Zeug ablegen so die Kohle äh da haben wir jetzt ein paar Stacks jede 16 können wir ja mitnehmen dann tun wir den hier rein Redstone haben wir jetzt gefunden jede Menge ähm Eisen müssen wir noch einschmelzen so hier ist noch Kohle drinnen was waren doch 55 doch nicht so schlecht wie ich gedacht habe so Golderz haben wir da hinten noch Kohle drinnen ja oh hier ist sogar noch Eisen drin cool dann können wir hier das Golderz reinhauen das brüttelt erstmal ein bisschen so jetzt können wir hier erstmal gucken was haben wir denn alles noch Gold hier haben wir noch diese Goldbahn die legen wir mal hier hin ähm die 6 Eisen behalte ich mal im Inventar Eisenhahn nicht ich hatte den Goldhahn nicht ne Uli war das ja Gold wir brauchen Stiefel machen wir gleich dauert noch ein bisschen könnten wir in der Zwischenzeit mal gerade gucken ist noch dunkel draußen ja leider ja schade weil ich wollte mal das klang gerade so aus wenn jemand Stufen hochgelaufen wäre oder eine Treppe oder sowas da sind die blöden Schafe wahrscheinlich ja den Krach veranstalten so ähm ja Eisenhahn ich komm den Ding mal erstmal hier rein so Heile brauchen wir nicht was wir brauchen Freunde ist wir haben nämlich nur noch eine Eisenschaufel wir haben keine Spitzhaken mehr doch wir haben Steinsch- zwei Steinschaufel eine Steinaxt ein Eisenschwert ein zweites ähm das behalten wir auch Ofen wir müssen doch mal für den Notfall machen mal ein paar Sachen mitnehmen zum Beispiel Holz das das war das war ich glaube ich weiß wer das war gerade vom Geräusch her äh Eichenholz muss man mitnehmen hier legen wir ab hier legen wir ab Diorit brauchen wir nicht Granit Kohle behalten wir Rohstein behalten wir auch das legen wir auch ab so Kies wir können auch mal ein bisschen Erde mitnehmen kann auch nicht schaden so wie sieht es hier aus hier ist nichts dran hier unten haben wir noch Gold fertig geschmolzen eingeschmolzen die Kohle nehmen wir wieder mit so Eisen ist auch fertig ne Eisen ist nicht fertig wir müssen noch Kohle hier reinschmeißen also wieder nachfüllen so und von dem Eisen können wir jetzt gleich unsere Stiefelchen machen ich hoffe er ist ja nicht im Haus drin das ist nicht der Endermann den ich ja gerade irgendwie höre so ok wie war das noch jetzt Stiefel 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 äh so das so ja Eisen Stiefel ok haben wir so brauchen wir brauchen noch mehr ich brauche nur noch äh 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 ich habe auch keine Sikis mehr ne oh das klang ziemlich schnell äh äh Stöcke ok jetzt reicht und zwar brauchen wir nämlich noch weiteres Werkzeug wir brauchen auf jeden Fall Eisenspitzhacken einen ganzen Vorrat am besten und Steinschaufel wir brauchen noch Stein äh Axt bräuchten wir noch Eisen 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 Axt ja genau Eisen Axt so ja ich habe da überall die munteren Gesellen über uns und überhaupt Gott so achso wir müssen die auch mal anziehen ne die Schuhe die Stiefel so ok jetzt haben wir eine Kombination zwischen Gold und Eisen ich weiß nicht ob das so klug ist aber naja das Gold sieht eigentlich ganz schick aus oder was meint ihr ich habe keine Ahnung achso das sehen wir ja anhand der Werte da haben wir plus 2 plus 5 an den Beinen ach das gibt auch plus 5 Gold und 2 ok na dann ist doch alles in Ordnung dann äh beschwere ich mich auch nicht so und dann legen wir noch hier was rein unseren Vorrat wieder auffüllen Eis Spitzhacken 2 behalten wir mhm Dein Schaufel kann eigentlich nn behalten wir he Eis naxt ok Kohle behalten wir auch so wird es hier aus mit dem Ofen hä? ok dauert noch ein bisschen wir kriegen mal noch weiteres Eisen freu ich mich so die 18 können wir schon mal hier reinlegen und wir könnten mal was essen mhm lecker lecker so alles klar äh die Rüstung ist aber nicht komplett voll jetzt ne ist die jetzt irgendwie schon angeschlagen oder wie ist das ähm kann man die auch irgendwie reparieren kann man die auch irgendwie reparieren ich weiß das jetzt gar nicht ähm machte grad noch Freunde bis hier das äh Eisen fertig ist und dann wird eigentlich unsere nächste Aufgabe Aufgabe hab ich gesagt ne oder? Aufgabe äh mal ein zweites Huhn zu suchen und eine Kuh und da haben wir gerade gehört da wieder da war wieder unser netter Freund der Endermann unterwegs ich glaub der klaut uns irgendwo wieder irgendwelche Blöcke so komm hier mach weiter ich glaub nicht den ganzen Tagzeit wieder ne mega Folge ich glaub das kann ich auch da hier im Haus drin ne ich hoffe nicht äh äh ich würd sagen können wir auch am nächsten Mal äh äh weitermachen ich mach erstmal hier äh genau ich mach immer diese Arbeiten hier alleine weiter kann ich ja ähm offline machen sozusagen offscreen und wenn ich ja die ganze ganze Eisen fertig habe und so ne geschmolzen habe dann würd ich sagen gehts weiter starten wir munter in die nächste Folge und äh machen nochmal eine kleine Tour in die nähere Umgebung äh und guck mal ob wir mal äh einen Huhn finden oder hier und da äh ne blöde Kuh wollte ich grad sagen ähm ja und bin schon ein bisschen heiser merke ich gerade ja so wieder viel zu viel gequatscht und ich sag mal Dankeschön für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss D r tschüss